Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach den Tickets und heute ist uns mal wieder Spiel in den Weg. Das nicht. Hongkai Impact, 3er, 3er, 3rd. Gut, und dann haben wir es, also brauchen wir nur starten. Und 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 warten. Nach den Starten kommt das Warten. Na, wo ist der Fahrstuhl? Ich möchte in den Fahrstuhl rein. Geht doch. Hey, hör auf. So, jetzt müssen wir noch mal warten. Einstellungen werden geladen. Ich habe das ein bisschen weiter gespielt. Zwei Runden. Also man hat hier unten so ein Handy. Da kann man zum Beispiel die Sammlungen, was man alles gekriegt hat, sich anschauen. Dann kann man sich Erfolge anschauen, die man bekommen hat. Und die Sachen alle die Belohnungen dafür zu kriegen. Mhm, 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 mhm. Okay, okay, okay. So. Neun News. Na gut, da brauchen wir wahrscheinlich weiter zu gucken. Ankündigung. Macht sehr viel Spaß. Allerdings für ein Handy würde ich sagen, ist bestimmt ein richtiger Butterfree-Fresser das Spiel. Weil... Oh, ein Vorderen. Äh, weil die Grafik ja... Okay, ich habe extra auf HD-Grafik genommen. Ach, ich wollte Bonus nochmal drücken. Hier oben waren ja die normalen Angriffe. Geht es weiter. Und... Oh, ich habe ein neues Schwert für meine zweite Kämpferin. So. So. Da war dann noch ein... Äh. Einem fordern. Das war es jetzt, ne? Da leuchtet nichts mehr. Gut. Missionen. Das eine habe ich mir schon eingefordert. Jetzt geht es zur nächsten Mission. Und los. So, da sind meine zwei Kämpferinnen. Da gibt es nur Kämpferinnen. Ich habe besser nachgeschaut, ob es da ein Kerl gibt, weil ich wollte mich ja Red Dog nennen. Gab es nicht so ein Mist. Da habe ich mir gedacht, gut, dann heiße ich nur Red. Okay. Heute ist ja... Heute ist ja nicht männlich oder weiblich. Heute ist ja nicht männlich oder weiblich. Das schöne ist, man kann hier auch nicht runterfallen. Das schöne ist, man kann hier auch nicht runterfallen. Dann nehmen wir auch jetzt mal die andere. Wir dürfen mit der weiter. Das Problem ist, wenn die ablockt. Die fliegt immer... Sie springt dann zu nach hinten. Und dann ist sowas weg für den nächsten Angriff. Die Sachen müssen wir eigentlich gleich noch einsammeln. Aber manchmal ist es auch, wenn man da weiter ist oder weiter gekommen ist, dann werden die automatisch eingesammelt. Und dann wird dasел lassen. Die Sachen müssen wir, wenn die Sachen nicht weiterverteilen. Ich bin sage, ob ich gerade so, wenn es gefährlich ist. Uno bekommt das und unten einfach ein Change. Jetzt wird es noch ein Schlangen, wie gut geht. Und dann wird das domestic. Das war irgendwie so. Das war natürlich gut. Das war natürlich sehr. Ja, das ist mein Trich. So, jetzt kommt die nächste Phase. 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 , jetzt kommt die nächste Phase. So, jetzt kommt die nächste Phase. Ab Level 8. das muss erst freischalten ich habe eine voll das muss ich freischalten freischalten kann ich mal überall gucken habe ich mir jetzt gerade so gedacht wenn ich schon mal hier bin also den haben wir gemacht der ging nicht den haben wir gemacht und der auch nicht der ist ab level 10 frei skill machen wir hier auch nochmal schnell der ist neu kostet ein bisschen aber ich habe ja 41.000 da ist das ab level 9 ab level 11 da war ich doch gerade ja ok schau mal die andere an ich habe ja nur das eine gemacht wo das da stand mit den skill den haben wir gemacht ok mehr als auch nicht so das waren die skills alle drei sind auf level 7 dann muss ich den noch in der liste einfügen das war nicht hier das war das war das war das war das war das war doch da gewesen das war doch hier gewesen irgendwo das war das war ja auch das war ja auch das war ja auch noch in der liste das war ja auch 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 in der liste wenn man eine mission startet das sind ja die drei felder und da kann ich dann auf dem feld gehen und sagen von wegen hier du kannst jetzt hier bei mir mit ah bei level 10 war das erfolge einfordern ja einfordern ja einfordern hier war das aufs level oben drauf drücken kann man hier ein konto und hier konnte man äh nach oben setzen war das nach oben setzen anzeigen und hier anzeigen und das ist ab level 10 ah level 50 war das 50 erst so das ist auch alles gut nachricht hinterlassen brauchen wir nicht wir haben uns schon unbenannt auf red bearbeiten intro ok gut dann würde ich sagen das war es mal für heute werden wir das spiel schließen bestätigen und holen uns das ticket ab so das wärs vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen tschüss